Ich mache einen Doggo-Doggo, Hallo Rocky! Darf Rocky ins Internet? Ja, das ist süß. Was geht? Hi! Kommt euch, wir grüßt zuerst deinen Hund, bevor ich gucke wie Penny oder Dörfli. Ich hoffe, ich verstehe sie. Oh, hallo, du Süße, ach Gott. Oh nein, du bist ja süß. Süß! Cool, Frauchen ist weg. Jetzt entfüllen wir Rocky und die liebe böse Schwester ist auch dabei. Und deshalb sind wir an den See gefahren. Es ist zwar unbestreitlich cool, Hunde am See zu sehen, aber ist es nicht viel cooler, wenn man das Ganze mal in Ego-Perspektive beobachten kann? Guck mal. Oh, Goldi, wie man sieht ihren Kopf. Die ganze Zeit. Die Doggo-Cans. Die Doggo-Perspektive. Die Doggo-Perspektive. Die Doggo-Perspektive. Die Doggo-Perspektive. Außerdem war Hund noch nie im Wasser und ihr erstes Mal wollte ich dann aus ganz besonderem Weg festhalten. Auch wenn sie mit Wasser absolut nichts anfangen konnte. Der Hund eines Kumpels war dann eher schon Meerwassertier, also hieß es für uns erst mal Landaufnahme. Ach du Scheiße! Faddelübungen! Super, super kleine Maus! Ja! Fah! 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 Jupp, das war ein schwimmender Stein und dazu wird es auf jeden Fall irgendwann mal ein Video auf meinem Hauptkanal geben, weil das Thema perfekt dafür passt und abonniere diesen Broadcast-Yourself-Kanal, wenn dir Videos dieser Art gefallen. Und gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video für die GoPro-Idee.